So, einen wunderschönen guten Tag, hier ist Berlin24, hier ist euer King Ralf und wie wir sehen, wir stehen hier vor den legendären Zucht des TEE, des Trans-Europa-Express, der große Strecken gefahren ist in den 50er und 60er Jahren. Wir haben die Möglichkeit, heute diesen Zug mal zu besuchen und ich nehme euch jetzt mal mit und genieße den kleinen Ausblick, dieser Zug bleibt noch bis zum 31.10. hier in Berlin. Es lohnt sich, dieses Teil anzugucken, es ist wirklich nostalgisch und was damit zusammenhängt, das erkläre ich euch gleich so ein bisschen in dem Video. So, wir gehen mal hier lang auf den Führerstand, kommen wir natürlich hier nicht rauf, das ist ganz klar. Der ist verschlossen, aber wir haben die Möglichkeit, diesen Zug jetzt von innen zu besuchen und zwar alles hier ist erster Klasse und das ist wirklich legendär, dass wir das noch so erleben können hier in Berlin. So, das ist der sogenannte Gepäckraum, wo das Gepäck der ersten Klasse verladen worden ist. Hier auch nochmal das Schild, TEE, Saphir, Dortmund, Köln, Liga bis nach Ostende ist er gefahren. So, und nun gehen wir mal hier auf den Trans-Europa-Express. Für mich eine ganz große Ehre, denn große Musiker und Stars waren hier zu Hause und sind mit diesem Zug gefahren. So, hier nochmal ein Erste-Klasse-Abteil. Alle diese Abteile sind bereits schon mit Klimaanlage ausgerüstet gewesen. Hinsetzen dürfen wir uns hier nicht, aber reingehen dürfen wir. Der ein oder andere kennt das noch, mit diesen Klapptischen, die auch nachher, auch in den 70er Jahren, auf den normalen ECE-Strecken eingesetzt worden sind. Wie gesagt, von allen Erste-Klasse-Sitze und auch legendärer Sänger wie Gus Bakus und viele große Stars sind mit diesem Zug natürlich hier durch Deutschland und Europa gereist. Und ehrlich gesagt, liebe Deutsche Bundesbahn, sonst könnt ihr ruhig mal wieder bauen, weil die war mindestens bequem und sehr, sehr nostalgisch. Und man konnte die Tür zu machen und fertig. Und vor allen Dingen schöne, breite Sessel, die man auch noch rausziehen konnte. Sonst bleibt alles ein bisschen gleich, Lautsprecher und Licht. Und hier vorne natürlich dann die Heizung. Dafür, dass der Zucht jetzt über 60 Jahre alt ist, ist der bombenmäßig ein Schuss. Und ein Abteil schöner als das andere. So, wir kommen jetzt hier, wie wir das auch schon kennen, in den Großraumwagon. Auch dieser hier natürlich hervorragend ausgestattet. Wie gesagt, der ganze Zug war Erste-Klasse. Da auch noch mal, lieber guter Gabriel, cool für deinen geilen Song. Gecovert habe ich den ja auch von dir und wir werden dieses Video benutzen, um natürlich davon das Musikvideo von King Ralf auf der InstaCity-Linie Nummer 4 mitzunutzen. Der Zug selbst kann nicht mehr fahren, habe ich gerade erfahren. Er muss mit Diesel-Loks geschleppt werden. Auch das Bremsen funktioniert nicht mehr in Eigenregie. Aber, wie gesagt, das ist wirklich hier nostalgisch, diesen Zug noch einmal so zu sehen. So, hier nochmal so ein Blick in die E-Abteilung. Und wahrscheinlich war auch hier das Bord-Restaurant drin. Das ist aber alles gibt es dann nicht mehr drin, der ganze Kram. Also hier kann man noch mal reingucken, wie das alles verlegt worden ist. Und hier natürlich das WC, ist aber leider verflossen, kann man jetzt nicht reingucken. Aber auch da steht es dementsprechend ab. So, hier ist wahrscheinlich für Gepäck, Stauraum, zwei Betüren und auch die ganze Technik. So, meine lieben Freunde von Berlin 24, das war der Einblick hier auf den Trans Europa Express. Wer ihn noch selber besichtigen möchte, hat es noch die Möglichkeit bis zum 31.10. diesen Zug hier in Berlin zu besichtigen. Es lohnt sich tatsächlich. Euch einen schönen Tag, bleibt gesund. Bis bald, euer King Ralf auf der Intercity Linie Nummer 4.